Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Violet. Wir wollten den Bonbon bringen. Das tun wir jetzt. Und dann kriegen wir unsere letzte Kiste da hoch. So. Und was hat das mit dem Schlüssel, der auf sich? Ich kriege den da irgendwie runter. Ne, den kriege ich da nicht runter. So, jetzt haben wir alle drei Dingsten da oben. Dann gehen wir doch mal wieder runter und da hoch zu den Kisten. Schauen wir mal, ob wir da weiterkommen. Da lang. Gebt Gas. Da ist eine Kugel. Wo war eine blaue Kugel? Naja, egal. Ähm. Wieso ist das Ding nicht da? Ah, doch. Äh, man sieht's nur nicht. Ah, okay. Gut. Und nun? Okay. Da. Komm ich da ran? Ne. Wir gucken uns noch mal die Hilfe an. Zwei Regen. Da ist was rausgefallen. Die ist runtergefallen. Gut, dann kriegen wir die nachher wahrscheinlich. Das ist Regen. Ne? Oder? Das ist Wind. Sonne. Nee, ich glaub, das war schon richtig mit dem Regen. Regen und hier war dann Schnee. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, und jetzt friert's hier ein. Okay. Immer noch nicht. Du kommst da immer noch nicht hoch. Da ist eine Kugel. Ah, und jetzt? Moment. Nein, nein, nein. Bleib doch da. Bleib da. Ähm. Gucken wir hier mal. Regen. Regen. Äh, Regen. Nein. Verdammt. Wind. Nein, auch nicht. Ja. Da kommen wir so wohl nicht hin. Also, ich würde ja mal behaupten, dass hier auch Regen sein muss jetzt. Ja, das ist mal eben Suchen. Regen. Das ist Wind. Wind. Mond. Regen. Wir hatten das hier ja eigentlich schon auf. Ach. Huch, durch Zufall. Ja, ist ja schön. Ein Regenbogen. So, das Zimmer auch gelöst. Ja. Das haben wir gut gemacht. Dann müssen wir aber glaube ich noch an diesen Schlüssel. Ja, das habe ich jetzt ja gemacht. Also, ich bin mir fast sicher, dass wir diesen Schlüssel noch mitnehmen müssen. Nein, nein. Nein, nein. Weiter runter, bitte. Aber wie kommen wir an diesen Schlüssel? Nee, das geht so nicht. Nee, das geht so nicht. Nee, das geht so nicht. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Für das andere Zimmer. Obwohl wir hier alles gelöst haben, ne? Das Zimmer ist eigentlich gelöst. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal. Wir hatten jetzt noch diesen einen Raum. Den Anfangsraum, wo wir ganz am Anfang drinne waren. Diesen Typen da. Wir haben das Teil auch, glaube ich, fertig, oder? Sieht sehr, sehr fertig aus. Müssen wir das irgendwie aufladen oder so? Weil wir haben ja auch drei verschiedene Kugeln, drei Leisten. Mal gucken. Da rein. Die anderen Räume hatten wir alle gelöst, oder? Habe ich da irgendwas vergessen? Hier war das mit den Kindern. Das Bunte und das Badezimmer. Ja, doch, das haben wir alles gelöst. Mehr Räume gab es ja gar nicht. So. Wir würden hier, würden wir wieder ganz am Anfang zurückkommen. Vielleicht haben wir da schon was vergessen. Das ist hierbei irgendwie nicht so ganz glaube. Vielleicht geht sie jetzt ja aber auch hier hinten raus. Nein? Nein. Nein. Okay, können wir den irgendwie bestechen mit einer Flöte? Pfeife? Nee. Rede mal mit mir. Ah, wir haben alles zusammen. Jetzt macht er uns hier auf. Sehr cool. Können wir hier runter? Machen wir das und raus können wir jetzt auch. Sehr cool. Gehen jetzt aber erst dann nach unten gucken. Äh, okay. Da ist ein Schlüsselloch. Den müssen wir da auch bestimmt irgendwie rauskriegen. Oder auch nicht. Okay, gucken wir gleich nochmal nach. Da. Eine Weste. Eine Flasche. Was auch immer das ist. Sonst ist hier nichts mehr. Hier ist die Tür nach draußen. Hier können wir lang laufen. Da können wir wohl irgendwie nach oben. Ui, hier ist aber noch viel. Ui, ui, das sieht nach. Nein. Okay. Dann gehen wir da hoch und gucken mal hier. Jetzt ist er umgezogen. Okay. Alles klar. Wir brauchen den Han. Das geht also nicht. Okay, wir brauchen den ersten Helm. Sonst lässt er uns da nicht durch. Okay. Ein Helm müsste doch hier irgendwo findbar sein. Na komm, gib da mal ein bisschen mehr Schmackes. Nee, irgendwie nicht. Gucken, ob das irgendwie geht. Auch nicht. Hm. Ach, da können wir hin? Nee, anscheinend nicht. Äh, bleib mal hier. Wir gucken erst mal hier unten. Och. Wer kriegen wir denn seinen Helm? Oder Schlüssel? Hm, der will also irgendwas zu trinken. Ich hab hier ne Flasche. Nö, will er nicht. Okay. Ja, ja, ja. Ich hab's verstanden. Das sind Sachen. Hehe. Wir haben den Helm. Ja, den dürfen wir nicht nehmen. Okay, dann müssen wir eben wohl erst, äh, dieses, äh, Fass bringen. Okay. Dann da rein. Und da können wir reden. Okay, der will den Fußball. Da oben sind die Fässer. Wie, häh? Hm. Okay, jetzt muss da Wasser reinlaufen. Ja, sehe ich das richtig? Okay, das, äh, sehe ich anscheinend richtig. Hm. Ah, okay, das ist wieder so ein... Ja, ist gut. Da oben ist ne Kugel. Ja, ich weiß, da können wir jetzt wahrscheinlich noch gar nix ausrichten. Das war aber schon richtig rum hier. Da ist auch noch ne Kugel. Gut, okay, wir haben jetzt den Helm. Dann lässt er uns da sicherlich, äh, hoch. Dann geh halt dahinter. Zack, angezogen. Okay, wir dürfen. Gut. Dann mal da hoch. Was ist das? Ah ja, das ist natürlich... Toll. So, gar keine Erklärung jetzt gerade. Hm, ne. Den da muss ich doch irgendwie zudrehen können, oder? Ah, den muss ich da ranhängen. Okay, okay. Aber ich hab noch einen. Den wollte ich da gar nicht ranhängen. Den wollte ich eigentlich da ranhängen. Okay. Jetzt bräuchte ich noch so'n Teil. Aber noch so'n Teil haben wir nicht. Ähm... Ähm... Hm... Hm, 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 hm. Geht mir mal das da, geht das? Ne. Okay, das geht nicht. Ähm... Ach so, hier könnte man zumachen. Ah, dann läuft's da vorne raus. Ach so, klar, natürlich. Hm... 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 Das läuft ja in die Richtung. Ach, verdammt. Hm... Hm, 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 hm. Ah, wohl oder übel brauchen wir noch einen. Das ist schon richtig, aber wir brauchen noch so ein schweres Ding. Okay. Was auch immer das da mit sich auf sich hat. Mit... Nein. Egal. Mit auf sich hat oder auf sich hat. Irgendwie sowas. So, den Ball. Wie krieg ich jetzt diesen blöden Ball da raus? Okay, geh da mal runter. Und komm mal hier zum Ball. Ball. Ich würde mir eben die Hilfe anschmeißen. Irgendwas muss ich an mich nehmen. Irgendeine Flasche oder sowas? Hm. Nein, geh doch mal... Nicht jetzt da hochrennen. Okay, ähm... Da steht noch so ein Ding. Das können wir doch sicherlich so mitnehmen. Und hier ist auch noch was. Irgendwas komisches. Hier kann man nichts aufmachen. Okay, jetzt haben wir das Ding, was wir brauchen, um da ranzukommen. So. Hast du jetzt die Frage echt mit dem Ball? Wie kommen wir an diesen Ball, ne? So, den Helm und so, das haben wir. Das, äh... Dingensinn haben wir jetzt auch. Äh... Ne, halt. Das war's falsch. Das muss da ran. So, und jetzt geht das Ding nach oben. Toll, aber... Wie mach ich das jetzt von unten? Also, wenn ich draufstehe? Ach, das fährt immer hoch und runter auch schön. Das ist gut. Jetzt geht's nicht. Da müssen wir wohl einen Augenblick warten. Ja, komm wieder runter. Und rauf da. Und jetzt kommen wir an diese Fässer. Für den Dingster. Dann kriegen wir den Schlüssel. Vielleicht kommen wir dann an den Ball ran. Zack. Unser Fass. Runter. So, aber ihm das geben, das machen wir dann erst im nächsten Part. Also, bis denn. Ciao, ciao.